Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich muss dazu sagen, ihr wisst ja, dass mein Schnittprogramm momentan Probleme macht und ja, deswegen muss ich mal kurz hier, ihr wisst ja, dass es Probleme macht und ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr nutzen können. Auf anderen PCs ja, aber nicht auf dem, wo ich eigentlich damit arbeiten möchte. So, aber kein Problem, kein Problem, mal am Abend wird es weiter geben, so wie immer. Ich habe mit dem Schnittprogramm nicht viel zu sagen, ein bisschen, aber ich werde mir jetzt so circa Ende Oktober, vielleicht auch ein bisschen früher, werde ich mir ein neues Schnittprogramm holen. Ja, wohl bemerkt ein neues. Auch von derselben Firma und dann wird es auch wieder laufen und ich denke mal, dass wir uns dann auch wieder ganz normal wie früher wiedersehen. Das heißt wiedersehen, aber auch mit mehr Professionalität. Ja, und ich habe mir gedacht, ich hole mir ein neues Programm, weil auf dem Laptop geht es auch leider nicht mehr so richtig und ja, dann müsste erst mal der Laptop wieder an Schuss gemacht werden, mits da wieder einwandfrei läuft. Da es aber nicht der Fall sein wird und ich auch nicht weiß genau, wann ich dann wieder mit dem Programm arbeiten kann, naja, muss man halt sagen, ist zwar schade, aber dann werde ich natürlich auch besser und besser und besser. Ja, mal am Abend, Freunde. Ich wollte nur gesagt haben, dass es weitergeht, auf jeden Fall, nur ich habe jetzt die letzten Tage nichts machen können. Ist auch missverständlich, weil ich viel zu tun hatte und auch noch andere Sachen erledigt habe. Mal am Abend, Freunde. Ich werde mich jetzt leider, leider wieder von euch verabschieden. Ich wollte euch das nur gesagt haben. Wenn jetzt mal am Abend mal nicht so oft kommt, dann liegt das daran, dass ich noch andere Sachen zu tun habe und keine Zeit habe, wirklich Filme zu machen und den versuche ich euch noch rauszuhauen. Also mal am Abend, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder zum Malen am Abend und ja, wir sehen uns. Warum ich diese Haare habe am Bart, das liegt noch daran, da ich jetzt demnächst wieder drehe für meinen Kinofilm und da brauche ich auch halt lange Barthaare und deswegen ist das halt so. Mal am Abend, Freunde. Ich werde mich jetzt wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns wieder zum Malen am Abend ab 19 Uhr. Bis dahin und tschüss.